Jo! Peace, Freunde! Was geht ab? Ich bin Loco und ihr seht jetzt hier Teil 2 meiner Ausbildung zum Streifenpolizisten. Wenn du neu bist, würde mich riesig freuen über ein Abo und das ist Teil 2, wenn du Teil 1 also noch nicht gesehen hast. Schau auf meinem Kanal vorbei, da findest du den ersten Teil und jetzt viel Spaß bei dem Video. Ciao, ciao! Loco, was ist dein Auto? Das hier. Ah, vielleicht ist es super mit. Soll ich nicht da parken, hier hin. Ja, versuch ich doch, aber das spawnen die ganze Zeit Polizeiautos. Ja, das reicht. Okay, also wenn du bist, würde ich noch freundlich gehen. Ich hab noch eine einzige Frage, machst du ein Video? Warum Video? YouTube. Ich möchte jetzt aufgeklärt werden. Loco, Bimo? Ich dachte, du kannst Bimo. Ey. Wie fährst du? Es tut mir leid. Junge, es ist sogar der Ausbilder. Es ist praktiker Ausbilder. Ey, ich wollte grad sagen, das gibt aber richtige Abzüge hier, ey. Ah, mein Bein. Ah, mein Bein. Ja, ah, ah. Bei wem höre ich mich doppelt? Ah, okay. Später. Ja, alles gut. Eine Person von euch muss noch hier neben. So wie mein Name ist. Obvious. Also die Person, dessen Auto das hier ist. Das? Ja, das ist meins. Ja, Schneider. Aus dem Weg. Ja, Schneider. Aus dem Weg. Ja. Ja, ja, Schneider. Das ist jetzt ein bisschen Info hier. Aus dem Weg gehen. So, wir spielen hier. Ach, weil du bist schon da, ey. Ich bin mal vorsichtig, dass ich hier niemanden umfahre, hier. Ich muss ja noch ausmachen, Motor, ne? Ja, das macht man ja hier und für die Umwelt. Ja, ich hab mich immer gemeldet. Jetzt, ich hab dir halt dein Fondigkeit. Okay, wir spielen jetzt. Hallo, bitte mal leise sein und... So. Alle bitte in die Autos einsteigen. Wir spielen jetzt Domi sagt. Domi sagt? Okay. Du bist an mich gegangen. Verloren. Okay, wir haben einen Gewinner. Direkt beim zweiten ist gemein. Ja, beim zweiten ist gemein. Man denkt erstmal, man macht hier erstmal mit. Ja, okay, dann machen wir einfach noch einmal. Nein, nein, macht einen 1-Z durch. Wir haben noch eine Runde. Und diesmal Benji sagt. Ja, ist doch okay. Das war doch fein. Das war doch perfekt eigentlich. Ja, okay. Okay, kann ich beginnen? Kriegt jetzt nur der, der gewinnt die Ausbildung? Benji sagt alle in die Autos. Benji sagt alle in die Autos. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich brauch manchmal einen Moment. Licht an. Ich hab Schaden bekommen. Achso, achso. Oh mein Gott, Digga. Ja, ist gemein. Mach mal bitte die Sirene an. Benji sagt, mach die Sirene an. Mit Licht oder ohne? Was ist das für eine Ansage dann? Benji sagt, mach die Sirene an. Ich verstehe kein Wort. Was? Können wir das ohne Ton machen, wenn wir das machen? Ohne Ton, wenn wir Sirenen machen, können wir das nur mit Licht machen? Aus. Können wir das nur mit Licht machen, wenn wir das so sagen? Okay, können wir machen. Danke, danke, das wär cool. Ich versteh sonst gar nichts. Also, mach die Sirene an. Benji sagt Fernlicht an. Fernlicht wieder aus. Also, das ist ein bisschen zu einfach, das Spiel. Ja, ich hör einfach nicht. Benji sagt Fernlicht aus. Benji sagt Fernlicht an. Benji sagt Fernlicht an. Wieder Fernlicht aus. Und wir haben einen Gewinner. Darum schreibt mir jemand. Easy. Äääääää. Ich hab's ja nicht an Licht ausgesagt. Nee, er hat's tatsächlich nicht gesagt. Also nicht davor. Bei dem Licht aus wieder am Ende. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Musst die Kamera zu denen drehen. Da, wo die Kameras ist, hörst du es auch besser. Da so hinzoomen. Ja, nee, musst du nicht mehr. Da musst du einfach quasi aus dem Blickwinkel in der Gruppe stehen. Auf die Autos gucken. Die erste Runde hat Maybori hier. Maybori. Okay. Dann alle in die Autos einsteigen. Wir fahren jetzt einmal zu Gas & Go. Als Kolonne. Wer schlecht Auto fährt, fliegt durch. Darf ich mal ganz kurz ne Frage stellen? Auf den Schultern. Ist das auf den Schultern abhängig, wie viel XP man schon hat? Jaja, ich weiß. Nee, OOC jetzt mal. OOC mäßig gerade mal einfach. Ist das das von den XP abhängig oder ist das zufällig? Ah, wie cool. Das wusste ich gar nicht. Voll cool gemacht. Benji sagt es vorbei. Benji sagt es vorbei. Also wir fangen jetzt in einer Kolonne mit normalen Straßenverkehrsordnungen zur Gas & Go. Okay. Ja, kann ich das tun. Ist das ein bisschen schwerer oder nicht? Hinter wem folgen wir eigentlich? Ja, alles gut. Wir folgen... Wir folgen alle... Dem hier. Dem hier. Okay. So Gas & Go. Ja. Ja. Ist egal, welche Schalliggeber. Gas & Go. Äh, ich gehe ganz als letztes und Jonas geht auch als letztes. Auf Parkplatz muss man nicht blinken. Okay. Alter, wie fährst du? Das heißt, ich bin drittletzter, richtig? Ich fahre am Ende. Ich fahre am Schluss. Habe ich den Wecker gehört? Nee, sorry, ich werde angerufen. Oder das. Ja, wollen wir... Komm, wir fahren schon mal. Alles, was nicht der, dem wir folgen sollen. Ich habe Vorfahrt, wir müssen fahren. Kolonne. Also, ich bin hier bewusst gerade. Up to guess and go. Let's go, let's go, let's go. Du musst auf Parkplatz nicht blinken. Erst auf der Straße. Erst im Straßenverkehr. Hier gilt nicht die STVO. Hier blinken wir jetzt. Genau. Links blinken alle. Hier müsst du stehen bleiben. Hier musst du stehen bleiben, weil Vorfahrt gewähren. Du musst ja gucken, ob jemand kommt. Hat man nicht gesehen. Man muss stehen bleiben. Man muss ja gucken. Ja, auch. Jetzt kannst du schon wieder fahren. Das ist schon lang genug. Ist doch Vorfahrt gewähren. Wenn jemand kommt, musst du halt garantiert stehen bleiben. Du musst aber mindestens einmal zum Stillstand kommen. Nee, bei Vor... Yoga, 50 darfst du fahren. Fahr mal los hier. 50, das ist ja Verkehrsbehinderung. Gab 20 kmh hier. Das ist grün. Hallo. Meine Güte. Nein, der ist bei grün stehen geblieben. Das war nicht ohne Grund. Der fährt auch nicht 50. Bratan. Also wir haben jetzt auch den Parkplatz. Ich bin auf dem Weg. Ist er bei der Geass und Go, oder? Jep, jep. Hast du viel Geld, oder? Bei wem höre ich irgendjemandem doppelt? Irgendwer hat hier Lautsprecher an. Das geht bei mir nicht so schlecht. Mit dem Auto. Ja, es ist nicht stimmt. Ja, es ist nicht stimmt. Also... Ähm... Kling dich denn jetzt hier? Irgendwas Faltes jetzt, aber ein bisschen schwerer für mich. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich weiß. Ja, okay, dann ist alles gut. Ah, so jetzt. Ähm, Domi. Wir fahren... Ja? Bist du... Kurz reingehen. Bist du die ganze Zeit bei... Ähm, dem... Ähm, wie nennt ihr das? Ich sag mal kurz, bei Discord aktiv, weil dann würde ich dich hier stumm schalten. Sonst höre ich dich die ganze Zeit doppelt. ...des Boot ist da rechts rein. Äh, und diesmal fährt Shia AAA ganz vorne. Und wenn... Und dich wieder ganz hinten? Äh, du fährst einfach hinter A. Achso, also das zweite. Ich glaube, das war AAA. Vor dir? Oh! Er ist im Vorti. Ich hab nach hinten geguckt. Entschuldigung. BAM auf der linken. Sicherheitshalber. Hm. Wer springt mit rein? Warum leckt das? Ja. Ja. Äh, äh... Äh, 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 äh... Er brennt sogar. Haha, wie? Wie, wie, wie? Wie geht das? Wie passiert das? BAM! Direkt Unfall. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Eieieiei, der arme, alte VW Passat hier. War deine Schuld sogar, Jona. Nimm die Schuld auf sich. Warte, wer ist hier jetzt wieder doppelt? Wen muss ich nehmen kurz? Mach gleich ne kurze Schussübung. Boah, ich hab Lohn bekommen, Leute. Ja, so ungefähr jetzt. Das wusstest du ganz genau. Ich fühl mich wie ein Polizist. Ja, wenn Doppelweiter so wert, dann brauchst du eine Stunde. Ja, aber ich hab schon Lohn bekommen. Also werde mich noch einmal so nett. Was wird das für ne Kunst hier vorne? Er macht uns einfach vor, wo wir jetzt schießen müssen. So verstanden. Na schon, ey. Nur nur sie, nur nur sie. Was macht die hier? Seid ihr jetzt Frank-Goch oder was? Ja. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist ja kein Vier. Das hab ich nicht in meiner Ausbildung gelernt. Er macht jetzt einfach ein Vierer. Du musst da jetzt einfach reinschießen. Das ist keine Kunst. Da reinschießen. Ich hab noch keine Waffe gekriegt. Die hätten wir in ein Polizeirevier holen müssen. Wer hat hier Waffen für uns? Ja. Ja. Oh mein Gott. Mit ner Pistole? Tomi? Ja, dann kommen wir ein paar ab. Ja, mit der Pistole. Ja, okay. Also, man zielt, macht die Pistole. Und dann schießen wir da drauf. Ich mach damit hier noch den Anfang. Sag jetzt, will ich nicht ein bisschen blenden? Alles gut. Na, holen wir das noch. Man hat 5 Schüsse. Man muss mindestens 2 treffen. Mindestens 2, um zu bestellen, okay? Angeber. Okay, gut. Dann beiseite. Wieso? Oh, ja. 5 Schüsse, 2 mal treffen. Hallo, 21. Stopp, Pagasino. Was ist mit ihrer Taschenlampe? Oh. Durchgefallen. Aha, aha. Nein, noch einmal. Soll ich mit an? Es ist dunkel. Ich schieße mal ein bisschen daneben, damit man zieht, okay? Ja. Wir sind mit Haysern, oder? Okay. Ja, mit Haysern müssen wir nicht. Ah, okay. Okay, dann beiseite wieder.